Hallihallo! Willkommen zu meinem Freitag-Stream. Wir sind immer noch beim Motel und es geht weiter. Ich habe wieder mal viel vor. So. So, ich hoffe, das geht jetzt hier. Ich weiß immer noch nicht, was jetzt der Versorgungsmast bedeutet. So, das ist neu von gestern, von letztem Mal. Das da hinten will ich und muss ich noch machen. Ich muss erst mal schauen, wie das ist klar. Okay. Ja. Hier sollen später noch Pflanzen und Gemälde hinkommen. Für die Verschönerung. Jetzt gucke ich mir erst mal hier, wie weit ich jetzt hier hinten mache. Okay. Also komplett noch machen. Na gut. Kein Problem. Dann mache ich das komplett noch. So, wenn die eins wieder frei ist, dann werde ich dann das so machen. Ähm, so. Moment. Im Moment. Eins. Zwei, drei. Hab ich das hier? So. Wobei ich gerade überlege, ob, äh, allein die Tatsache, dass die im Lager sind, äh, muss ich dann gleich mal ausprobieren. So. Also, das hier ist für den Boden. So. Jetzt schaue ich mal schnell. Ob das dazu zählt. Worausgesetzt es ist dabei. Das sieht fast nicht so aus. Okay. Also nicht. Okay. So. Okay. Ja, jetzt fehlt hier einmal. Das müsste ich im Moment gleich nochmal bestellen. Ähm. Ähm. Das könnte nicht ganz reichen. So. Ja. Wende brauchen wir noch. Wende für die eins. Und Deckel für die... Na gut. So. Ist hier irgendjemand? Nö. Mal schauen. Ähm. Das brauche ich noch. Das. Schade, dass wir jetzt nicht zwei ineinander schieben können. So. Ich muss gleich mal schauen, wie es mein Benzinstand aussieht. So. Dann machen wir jetzt mal die... So. 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 dann kommen wir wieder zurück. Und ich gucke dann mal, äh, ob ich wieder bestellen muss. Moment. So. ist das schön. Wenn ich nicht bestellen muss, ist das schön. Wenn ich nicht bestellen muss, ist das schön. Also ich krieg langsam tatsächlich so ein bisschen Kohle zusammen. zusammen. Das ist schön. So. Ähm. Wenn ich jetzt nicht vollkommen daneben liege. Oh nein, doch hab ich Pech gehabt. Ich werde jetzt übrigens erst mal nicht mehr, ähm, Leute mit nur zwölf Stunden hier aufnehmen. So. Ich bin schon wieder aufnehmen, aber ja. So. 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 So jetzt Jetzt fällt die band noch Obwohl moment die Ernsthaft es geht genau auf Das ist ja verrückt Achso hier Boden noch Also Boden und Wand Boden und Wand So das ist Bad das einfache Bad Dingens Das hier ist das Luxuszeug Das Vorläufer So Also ich brauche jetzt noch Ich brauche jetzt noch Also Hier Baumaterial Böden Das hier Die Wende Darf ich bisher das Moment Okay Deckel Da habe ich Das glaube ich gehabt Ich glaube das geht aber im Moment Das geht glaube ich Da ist nichts falsch dran Das ist hier Hier gibt es eh keine Boni So Farbe Brau Hab ich noch Okay Wende Ja Böden Oh ja gut Das Wird eigentlich reichen Okay Jetzt gucke ich mal noch Hier mit Was ich hier noch so habe Lagerbestand Das können wir mal Das geht noch Ja Erfrischungsgetränke Das können wir Das 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 Alkohol So Für Zigaretten brauche ich dann aber eine erweiterte Dingens Moment Auslagen genau Da habe ich bisher nur eine Nimm ich die dann nehme ich die noch dazu und dann passt das So Das vierer wird als erstes dann gegen mitternacht soweit sein Jetzt habe ich hier noch Das ist die Decke Ach die Decke ist mein größtes Problem So ich habe jetzt hier fünf Da hole ich mal noch ein Ein Motel Parkplatz mehr Das ist 150 Das ist nichts Ich muss eventuell doch bei den Oh Have a nice day Yes Sir I'm Das war's für heute. So, vorsichtliche Lieferung. Dauert noch ein klein bisschen. Das hier werde ich dann erstmal... So, Geld ist gezahlt. Oder noten. Eigentlich ist es ja noten. Okay. 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 Normalerweise schlafe ich ja nie, aber da es möglich ist. Weil ich gut vertreten werde und jetzt mein Zeug kommt. So, und mit dem, was ich jetzt noch habe, werde ich dann mal weiter den ersten Raum aufmotzen. So. 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 Ich nehme das gleich erstmal zur Seite her. So. 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 geht es jetzt hier weiter. So. 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 Okay. Dann bringe ich jetzt das mal direkt rein. Ist das immer so hier? Passt ja gerade so rein. Dann kann ich das auch. Okay. So, mal probieren, ob ich jetzt richtig... der Reschnitt hatte, dass um Mitternacht ein Zimmer frei wird. Passt, passt. So, dann... Ich tue es erstmal hier rein. Immer noch kein Urtus. Okay. 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 Thank you. und ich gehe erst mal ja so so die vier naja so so nur toilettenpapier ok habe ich hier moment moment ich habe doch jetzt extra beide leuchten da jetzt jawohl so müssen wir noch warten bis das ist die wäschetusche ist ok ich lasse mal wieder benzin bestellen zwei ok So Also ich werde bald hier zwei große Maschinen haben 1 in die 4 Achso, Moment, ich muss noch Papierkorben auslernen Oder Mülleimittel mehr Ja So Hier auch noch Wir sind anstürbar So, die vier geht wieder. Zwei wurde gerade gemacht. So, ja. Ach. So, bis das... Also, hier könnte ich sogar tatsächlich schon kategorisieren. So, ja. So, ja. So, hier wollte ich den Boden auch noch machen. Good job. That is quick. Great. Hier marsch im Moment noch nach dem Motto, wo was reingeht, rein. So, das ist... Ja, fast als wäre ich wie Jägermeister. So. Und derartige Dinge können dann natürlich auch in Automaten rein. Kommt später auch noch. Natural Spirit, dann mal erstmal hier. In a heartbeat. In a heartbeat. Wow, that's quick. Wow, that's quick. Premier, den kann ich auch mal hier rein tun. Premier Full Flavor. Da ist er. So, haben wir hier mal vier, ne? Aber noch mal. Da ist er. So, das ist, wenn wir hier mal hier. So, das ist, wenn wir hier mal, hier und dann gerne auch mal hier. Auf geht's. So, das ist, wenn wir hier mal hier rein tun. Und wenn Sie sich auf einmal hier rein tun. Und, last button at least. Cool. So. Okay. So, drüben waren noch die zwei. Ah, ich muss schon wieder essen. So, die zweite ist jetzt hier durch. So, was haben wir jetzt hier noch? Erstmal. So, dann ist die zwei wieder fertig. Und, ich mache jetzt die drei. So, das war's. So, das war's. So, das war's. So, das war's. So, damit... Achso, ich war jetzt noch bei der sechs. Bei der sechs. Das sind jetzt noch die Wände. Das hier war fertig. Ach, nee. Boden. Badboden und Wände. Energie. 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 So. Badboden. Das ist das hier. Und... Wände. Schade, dass du nichts gefunden hast, ja? Schade, dass du nichts gefunden hast, ja? Darf ich mir, dass es nicht reicht. Reicht immer noch nicht. So was. Noch mehr Wände. Das war's für heute. So, jetzt können wir einräumen. Wir haben ja im Prinzip alles da. Abgesehen von der Außendingens. So. Bad. Waschbecken. Ups, da ne? Ja, da machen wir mal hier ran. Na ja, ein paar Dinge fehlen dann doch noch. Das Klo fehlt noch. Das Kopfkissen fehlt noch. Das war die 3, glaube ich. So, einmal. Einmal. Zweimal. Okay, die 3 ist wieder fertig. Junge Mann. Oh. Thanks. Oh, jetzt kann ich das zweite machen. Oh. Was ist das? Gut, jetzt kann ich das zweite einräumen. Und dann ist es das erste Doppelzimmerbett. Eins, zwei, drei. So. Hier bräuchte ich eigentlich schon das Gute, aber... Na Gott. Ach, hier hatte ich noch gar nichts zu Ende gemacht. Was ist denn ein Ding? Dann mache ich das mal schnell. Dann muss ich schon überlegen, was... was ich dann reinstellen will. So, dann hier nach. Vorhänge fehlen noch. Duschvorhang. Was? Das ist der, der da unten fehlt. Das ist ja u-komisch. Ach, das ist ja... So, warte mal. Wird das theoretisch jetzt hier... Ach so, hier fehlt noch ein... Ist ja nicht unbedingt draußen? Oder... Oder... Oder ist schon wieder hier drin? Das wäre ja... Grotesk. Heizung auch noch erneuert. Die... Äh... Klimaanlage muss rein. Ansonsten ging es auch mal... Ich muss natürlich noch viel, viel verfeinert werden, aber... So. gut wir haben das erste doppelt 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 die bestellung mache ich dann noch fertig das mutter ist wieder eröffnet und ich ja moment also zumindest gibt es keine neuen aber ist jetzt so ausstattung vorhänge die sollen schön sein und was bringen mir gefallen die hier gut machen kann man zwei stück dann durch vorhänge schubladen ich möchte vor allen dingen toilettenpapier heizgeräte ja das brauchen wir noch einmal vorhin hatten wir flächen da möchte ich gerne so eine raumleuchte die ist aber die wirkt aber nur bei einem damals noch nachttisch dann nehme ich die und einen kleinen nachttisch acht jahren sogar extra tv table habe ich das noch etwas falsch genommen aber egal so nachtschränken schränke ich meine ich nicht schubladen ja ich glaube dort das ist ich nehme sowas obwohl der ist charmanter den so elektronik airconditioner einmal und zweimal ich wollte aber noch ein duschvorhang waschbecken beklagen becken vorhänge ach schauer ok so das kann jetzt auch mal bestellt werden ja dann nimmst du halt einen größeren hergott so 24 stunden das ist gerade so ok doppelbett zimmer dann nimmst du halt dass das große thanks a bunch ok so und schlug zum zimmer thanks sind alle sonst drei und vier jahren so junger mann 19 j j j j